überhaupt hin wasser da drin es ist auch hier drin denn hier wieder raus ach so kannst du aber ruhig nehmen wenn du möchtest ein paar punkte noch mal sammeln es gibt ja auch wieder nur die spinne das kann wieder spannend werden hast du das ach du denn es da noch gehen kommt ja der sack hat mich ja gerade angegriffen und ich wollte nicht durchs wasser ach so die sind im käfig alles klar die anderen jaulen ja nur wir müssen irgendwann noch mal den code einrichten da den familienzugang für dich ja ja das kann man auf jeden fall machen alter dieser recht übel die können bis dann zu ufer kommen ja die fischer sind ekela ich habe vor allem auf die mütze gekriegt hier dann auf dich geschossen oder eine million zombies noch einer gut wo ich habe hier noch da drin ist noch munition falls du brauchst ganz am ende pistole oder jedenfalls beim jetzt auf das gewerke noch konnte ich nehmen super da oben ist es alter spinne wird verbannt es ist sogar hier wo du hin rennst ja in dem dicken laufen auch lieber vorbei würde ich auch sagen man da wird schon geballert hier gibt es munition oh gut oh nein ich habe alles abdehlen 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 50 kiegi zu den hier weg und dann nehme ich mir das gut ich würde sagen wir gehen richtung spinne ich glaube die ballern auch schon gegen andere gegner ich glaube ohne saatenmama und so ein komischer teufel da wasser teufel getroffen scheiße ich auch sind zu zweit scheiße ich glaube wir laufen erst mal ein stück weg siehst du ihn die sind und wieder hinters haus gelaufen aber warte mal den habe ich dahin gesehen eben hinterm zaun oder so leicht ja ich habe ihn getroffen ich hatte auch gedacht ich hätte ihn getroffen aber rechts vom haus ist auch einer stimmt sich auch gerade sind ich meine die haben vorhin auf uns geschossen und jetzt tun sie so als wären wir nicht da siehst du die ich auch nicht ich habe mein fass ich habe mein fass ich habe mein fass oh du hast glaube ich sogar mal getroffen ja ich habe ihn schon ein paar mal getroffen aber und die stirbt ja nicht wahrscheinlich wird sich in der zeit jemand an uns rang schleichen ja ich sehe noch einen vor dem zaun laufen jetzt welche oh ja da bin ich getroffen jo du hast platt gemacht super der andere ist läuft jetzt links sind da hinter die mauer am haus ist auch rechts einer das jetzt aber hinters haus gelaufen ich bin getroffen worden scheiße ja geradeaus vor mir ja ob ich dich von hier belegen kann und dass ich sterben ok ganze zeit haben sie nicht getroffen links vom haus ja ich sehe aber ich glaube es sind zwei oder alter alter das ist ja ich weiß nicht von wo soll ich noch mal dich wieder überlegen oder willst du ja ja versuch mal so geht das nicht achte ok es geht los und dann renn du musst dich erst wieder verarzten danke danke so ich habe mir erst mal eine spritze rein so das ist gut jetzt noch damals hier noch munition ist nur schrotflinten munition ja vielleicht kann ich ja von da aus besser zielen hat er dich getroffen ja der ist hinterm zahlen scheiße von dir aus sehe ich den gar nicht ne der kommt jetzt bestimmt unter uns haus wieder rum ich glaube ich habe ihn aber irgendwer schießt noch ich glaube ich habe ihn oh ja da rechts vom haus ist auch einer okay ok 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 ich habe nur noch vier schuss schießen sie auf dich gerade nein auf mich ich weiß nicht oh gott ich weiß nicht von wo ich sehe an glaube ich der war im tier hinter ich glaube habe ich noch getroffen das weiß ich nicht und weil er ist da gerannt ja der ist rechts rüber und ich habe auch blutspritzen sehen rechts läuft noch einer zu dem ganz rechten haus irgendwie okay ich gucke mal ob ich dem von hier erwische war der läuft jetzt ganz zweilaufender den ganz rechts in dem rechtesten haus explodieren scheiße ich habe keine munition mehr ich komme mal in deine richtung ich kann mich nur anschleichen und dann wahrscheinlich eine bombe werfen jetzt sind sie rechts rüber gelaufen ich weiß ja ob sie ist ob du siehst jetzt recht zwischen den bäumen und die laufen jetzt wurde ich getötet klar ich bin auch genauer hingelaufen aber ich konnte nicht anders weiter wie viele leute sind das denn ich habe keine ahnung auch rechts super nein das war die hat es selber geworfen genau ja geil das war zu gut das war zu gut